Auf dem Dien an Men, dem Platz des himmlischen Friedens. Die kleine Sportmaschine landete hier, im Herzen von Moskau, mitten auf dem Roten Platz. Die Bundesregierung ist darüber empört, dass die ARD gestern die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers vom Vorjahr gesendet hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.